Bitte interagiere mit diesem Text. Äh, 8073. Acht, warte. Kann ich noch mal aus? Was? 8073. Was funktioniert? Oh, wir haben geschaut. Stand aber drauf, versuche das. Wir sind im Parkhaus. Und hier denke ich direkt schon Gott. Ich habe direkt was gehört, das finde ich nicht gut. Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Wir haben das Level 1 geschafft. Was? Was wird es für eine neue Kreatur? Ja, eine neue Kreatur. Auch so ein menschenartiges Kreatur. Okay, wenn wir einen Ballon sehen, müssen wir wegrennen. Okay, hier ist wieder Sonnen. Ah, das war der Angang! Guck mal, das war der Anfang! Da sind wir ja runtergesprungen. Ja. Kommen wir ja nachher wieder runterpfen. So, auch runterpfen. Wir müssen ja die rot-schläge-Karte finden. Wir müssen ja mal gucken. Wir müssen ja mal gucken, was da ist. Wir müssen ja mal gucken. Laufen, wegrennen und der nächste. Hör aufs da. Wir müssen ja mal gucken. Eventuell ein Hund. Oder eine Katze. Könnt ihr was flauschen? Aber wie hat der Kruch geschafft? Weiß nicht, vielleicht ist es sein Cousin. Der hat geschmückt. Ist das Loch hochgesprungen, keine Ahnung. Ich hab'n Computer! Ah! Ich muss sagen, ich hab'n Computer gefunden! Ja, ich habe... Ah! Ich wollte'n Computer gefunden. Ich wollte'n Spinnend! Ich häng' fest! Man braucht'n Passwort. Ja, vielleicht finden wir das ja. Ich muss mich mal kurz verstecken. Ich konnte eben nicht in den Spinn drehen. Das habe ich nicht verstanden. Wieso darf ich nicht in den Spinn drehen? Du liebst böse. Ich komm' aus dem Spinn drauf! Dann renn' wieder auf mich zu! Jetzt mal wieder auffüllen. Oh no! Kannst du nicht hier weggehen? Nein! Ich bin gefangen! Okay, jetzt ist weggegangen. Oh, hier sind jede Menge Computer. Können wir damit irgendwas machen? Ist auf dem irgendwas drauf? Auf allem ist bestimmt irgendwas drauf und das brauchen wir dann. Oder auch nicht. Vielleicht müssen wir jetzt mal'n Stromast anmachen. Oh, hier! Ich hab'n Pluscreen gefunden! Oh! Ich kann die Sicherungen benutzen! Ganz hinten! Ja, mach' mal Sicherungen rein! Vielleicht haben wir dann die Computer Strom! Ja! Oh! Die Computer haben Strom! Ich hab' hier alle Computer mit... Oh, hier war... Oh! Hier war'n Symbol! Ne... 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 Ah! So'n... Ich hör' die Tapsen von dem Viech! Der läuft hier irgendwo lang! Oh, ja! Das ist ein Rekül! Ich hab' eine komische Art und eine komische andere Form. einen rot und einen orange oder gelb! Ah, du sollst nicht den Chat benutzen, du sollst das aufheben! Pluscreen! Ich hab' meinen roten Raum! Das ist voll! Ich hab' eine CD! Okay! Ich hab' eine rote... Äh, finde den Ausgang! Eine rote Tür und da ist so'n Kronleuchter drauf! Ich hab' die rote Tür gefunden, aber da kommt man nicht durch, wenn man da was braucht! Oder müssen wir ein Rätsel... Sollen wir irgendwas mit den Computern machen? Ich weiß noch nicht was! Wird jetzt auch hier... Ah, hier habt ihr auch Backrooms gespielt! Ja! Stimmt! Wir müssen irgendwas mit Computern lösen oder so! Wait! Das war der... Das weiß ich noch! Der verkehrte Raum! Das hab' ich bei Chucky gesehen! Das war ja das auf dem Kopf gedrehte! Das eine Ding legit kenn' ich! Aber dann auch nicht mehr! Das war ja... Ja, das war ja das verdrehte! Wie soll ich mal die Taschenlampe ausmachen? Seh' ich mehr! Äh... Wie die Codierung angeht! Dreh die Nummer Zylinder links! Dreh die Nummer Zylinder nach links oder rechts! Dann dreh es in andere Richtung! Dann dreh es in die andere Richtung und so weiter! Dreh die Nummer Zylinder nach links! Du bist sowas! Ja, da war doch irgendwie was... Jetzt muss ich noch den Schnipsel mit dem Weg... Hier war doch noch irgendwie ein Weg oder so! War hier nicht so ein Hinweis? Da ist der Eingang! Wo der Anfang ist! Ja, den haben sie raus! Okay! Na dann! Dann gehen wir einfach mal los! Ich hab ne Drei! Ich hab ne... Jetzt... Oder geht's hier lang? Die Eins! Hä? Ich bin noch da! Ich hab nen anderen Rätselraum gefunden! Das weiß ich halt nicht! Ne, ich hab grad geschält! Ich hab grad die Tür aufmachen! Achso! Wenn ich hier... Ich hab hier drei Pfeile! Vielleicht den Start! Dann geh ich hier hin, dann hab ich die Eins! Drei Eins! Und von der Eins aus sieht man den Pfeil! Die Sechs! Dann die Sieben! Und dann die Zwei! Dann die Sieben! Oder es soll da rein! Ich probier's einfach mal! Ich versuch's einfach mal! Ja, mir haben wir in der Drei angefangen! Halt 30! Wait! 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 Oh, das ist das Spiegelverkehr da! Das sind 30! 10! Ja, das sind Zehner-Schritte immer! Okay! 30! Ah! Nein! 30! 10! 60! 70! Ey! Nicht 20! Fick dich doch! 30! 10! 60! 10! 70, 20, warte mal. 30, 10, 60, 70, 20. Ist das auf die 0? Nee. Bin wieder da. Achso, okay. Oder sind das die 90, nicht die 60? 30, 10, 90, 70, 20. Neunzig, 70, 20? Nee. Will ich vielleicht gar nicht mit der 3 anfangen? Oder halt, ich muss hier mit anfangen, mit der 70. Hier komme ich ja rein. Die 70. Dann gehe ich hier. Dann habe ich die 20. Dann die 60. 30. 10. Ja doch, das macht Sinn, wenn es hier aufhört. Wer nimmt schon? 70, 20, 60, 30, 10. Ah, okay, jetzt habe ich es. Falsch angefangen. Okay, ich habe irgendwie... Ach, ich gehe. Hör auf. Ich bedrück mich alles. Ich habe hier... Was ist das denn? Ach du, meine Güte. Ich habe hier einen ganz komischen Code. A, B, C, D, E, F... Ach, das ist Alphabet, okay. Das ist das komische... Ich habe diese komische 9 gefunden. Das ist ein I. Du hattest gesagt, du hast eine 8. Ja, so ein komische 8. Ich habe eine Mungas. Das ist ein I. Das hat recht. Das ist Vogel-V. Ich habe das C. Rechte Seite. Mein drittes Button ist ja so ein dickes C. Dickes... Wie geht das hier? Das ist doch keine 8. Oh, und da drüber ist ja die komische 8. Das ist eine Mungas-Zeit. Also das ist S. Ich muss selber gucken. Das ist sehr simp... Ah, nein! Weg. Ich bin immer kurz abendessen. Okay. Ist das hier? Was tut S? Ein nützliches Gerät, das ihnen zeigt, wo sich das nächste Monster befindet. Ah! Das ist doch praktisch. Okay, ich suche die Zeichert selber. Die sind ja an Computern. Hier war ich ja selbst. 1, 2, 3, 6, 5, 6... Ach, hei! Ich bin sein Passwort. Dann ist das die Farbe. Das Zeichen war grün. Ich bin immer erschrocken. Was steht das denn einfach auf da? Was steht das auch einfach da? Was soll denn das? Scherzinfarkt! Wie steht mein Rücken zu mir? Das ist was pinkes. Zwei. Pinkes Vogel V. So. Dann noch so ein G. Was ist das? Ich brauche fünf Dinger. Und ich kann mal über die Farbe. Ich brauche... Blau... Grün... Pink... Weiß... Rot und braun. Grün habe ich... War das I. Pink war Vogel V. Und Lila habe ich gar nicht. Toll. Ist das wirklich Lila? Das wäre dann... Ja, das ist... Oder ist das... Ne, das kann auch Braun sein. Und das ist das Tee. Durch das Licht. Das ist braun. Ich werde mal einen Klug Wasser trinken. Das ist mir jetzt glaube ich viel leichter. Kann ich mich verstecken? War das jetzt der gleiche Raum? Pillen. Kann ich noch Pillen nehmen? Ne. Okay, das ist nicht der gleiche Raum. Hier haben wir... Blau ist ein Viereck. Benutzen. Das F. Hier haben wir auch Weiß. Weiß ist dieses... Das ist R. Weiß ist... R. Und dann haben wir... Das ist Pink. Und das ist das Pink. Und dann war das, was ich als Pink gesehen habe, Rot. Das hier ist ein Weh. Ah, fick dich doch. Geh weg. Okay. Jetzt muss ich den Laptop... Äh, den Hauptcomputer wieder finden. Jetzt habe ich glaube ich die ganzen Farben. Bin mir nicht sicher, wegen Pink und Rot, ob ich die vertauscht habe. Das kann ich ja testen. Bitte, liebes Monster, geh doch einfach weg. Ich habe diese Monster... Bin da. Wieso habe ich ihn nicht eingesetzt? Weil es zu dunkel ist. Jetzt weiß ich halt nicht mehr, wo der Hauptcomputer war. Okay, ich sehe es ein, es ist rot. Ich hätte vielleicht nicht mehr eine Taschenlampe volle Kanada drauf übeln sollen. Ich will ihn in den Fahrstuhl stellen. Geh weg! Oh, du blödes Mistvieh. Oh no. Ich dachte, er will ihn in den Fahrstuhl sicher. Ja. Das war ein Fehler. Ich sehe es ein. Jetzt kommt noch der Hund. Vielleicht freche ich sich ja gegenseitig. Nee, hier war ja. Hier muss ich gelangen. Wo ist der Hauptcomputer? Wo ist der Hauptcomputer? Ah, wir kommen zurück. Ich habe, glaube ich, das Passwort entschlüsselt. Oh, das warst du. Ich darf das Computer zu holen. Ich darf mich auf mich zu holen. Jetzt kommt wieder dieses andere mich auf mich zu. Ich muss den Hauptcomputer finden, wo ich das Passwort eingeben muss, weil ich habe das Passwort, glaube ich. Ich habe auch noch irgendwo eine blaue Tür gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo. Ich wurde kurz gejagt, dann habe ich es übersehen. Ich habe einen Partyrahmen gefunden, wo man mal Knöpfe drücken kann. Dann drück mal ein paar Knöpfe. Du Lichtgerät. Ich weiß nicht, das eine Monster hieß explizit, das lollt einen mit Party ein. Okay, wenn wir im Ballon sind, müssen wir wegrennen. Das kriegen wir hin. Let's Fun beginnen. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen will. In einem Partyhut. Und dann ist auf jede Seite ein Knopf, den man drücken kann. Das ist ein Knopf. Bis zum nächsten Mal.